So, Herr Anhalter an der ukrainisch-polnischen Grenze, vor Lublin. Und jetzt rüsten wir alles auf, was wir können, um erfolgreich zu sein, um schnell zu sein. Und da haben wir hier eine deutsche Fahne, dass jeder sieht, dass ich ein Reisender bin. Und einen schönen Teddy, dass jeder sieht, dass ich ein guter Junge bin. Und damit auch der Letzte versteht, was ich mache, gibt es hier ein Schild. Ja, dass ich also Autostop praktiziere und nach Berlin will. Okay. Was wir jetzt nur noch brauchen ist ein Auto. Gucken wir mal.